Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, Tagesordnungspunkt 22, Antrag der Fraktion der FDP betreffend hessische Landwirtschaft braucht Zukunft. Damit gleichzeitig aufgerufen wird Tagesordnungspunkt 33, Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Landesregierung unterstützt hessische Milchviehbetriebe, Milchkrise auf nationaler und europäischer Ebene bekämpfen. Das sind die Setzpunkte der Freien Demokraten und der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Als Erstes hat sich Herr Kollege Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten Bitte sehr, Sie haben das Wort. Die vereinbarte Redezeit ist in diesem Fall wegen der Zusammenlegung der Setzpunkte 15 Minuten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landwirtschaft ist gemeinsam mit der Ernährungswirtschaft nicht nur eine Schlüsselbranche unserer Volkswirtschaft, sie ist auch im ländlichen Raum zentraler und prägender Bestandteil. Unsere Landwirte versorgen uns mit hochwertigen und gesunden Lebensmitteln in höchster Qualität und leisten eine sehr hohe Versorgungssicherheit. Sie pflegen unsere Kulturlandschaft und bewahren die natürlichen Ressourcen. Dabei stellen sie sich dem Markt und dem Wettbewerb. Seit über einem Jahr sind die wichtigen Agrarmärkte, vor allem bei Milch und Schweinen sehr angespannt. Die Ursache dafür sind neben dem Russland-Embargo konjunkturelle Einbrüche beim Fleisch- und Milchkonsum in China. Inzwischen gibt es beim Schweinefleisch eine langsame Erholung der Preise. Auch die Entwicklung bei der Milch lässt sich vorsichtig optimistisch skizzieren. In China gibt es eine verstärkte Nachfrage. Meine Damen und Herren, die Einkommensverluste der letzten Jahre sind aber massiv. Sie werden auf rund 6 Milliarden € geschätzt. Das bedroht viele landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz, vor allem bei solchen, die in die Zukunftsfähigkeit investiert haben und moderne Ställe gebaut haben. Diese Betriebe geraten nun in eine Schieflage. Die Situation wird den ohnehin anstehenden Strukturwandel noch weiter beschleunigen, und auch das wird dazu führen, dass Milchmengen sinken dürften. Wir müssen die Zukunftsfähigkeit der Betriebe unterstützen und dafür sorgen, dass sie diesen Engpass überstehen. Wir müssen aber auch so ehrlich sein und feststellen, dass es Betriebsformen gibt, die sozusagen aus der Zeit gefallen sind. Was macht die Landesregierung nun? Sie stellt 5 Millionen € landesweit bereit. Das klingt erst einmal gut. Aber, meine Damen und Herren, das ist auch Kern Ihres Antrags. Viel mehr Inhalt hat er nicht. Fakt ist, sie nehmen 5 Millionen € aus dem Agrarinvestitionsprogramm heraus, da sie dort zurzeit nicht gebraucht werden, da die Landwirte derzeit auch keine Investition tätigen können. So weit, so gut. Aber sie skizzieren quasi damit, dass sie 5 Millionen € zusätzliche Landesmittel einstellen würden. Dabei ist es nur eine Umschichtung im Haushalt, Geld, das den Landwirten eigentlich ohnehin zugestanden ist. Ich will das nicht kleinreden. Es ist allerdings auch das Problem, dass etwa zwei Drittel der Betriebe erreicht werden, und zwar in den Höhenlagen. Die anderen Betriebe erhalten keine Unterstützung. Allein im Kreis Fulda betragen die Verluste der Landwirte 30 Millionen €, und das Land gibt 5 Millionen € als Hilfe für das gesamte Land. Meine Damen und Herren, wenn der Begriff ein Tropfen auf den heißen Stein richtig war, dann trifft er genau hier, und zwar richtig, zu. Meine Damen und Herren, es bleibt wieder der Eindruck, dass die Ökolandwirte dann der Ministerin mehr am Herzen liegen und dass hier relativ leicht Geld locker gemacht wird und dass die anderen dahinter zurückfallen. Meine Damen und Herren, es sollte doch eigentlich klar sein, dass auch die Landwirte weniger Gängelungen brauchen. Wir müssen dafür sorgen, dass es weniger Bürokratie gibt, dass es weniger Gängelungen gibt. Das betrifft vor allen Dingen Düngemittelverordnungen oder das Glyphosatverbot. All das führt zu einer Steigerung der Kosten für die Landwirte. Wir brauchen aktuell schnell Überbrückungshilfen wie Bürgschaften und Liquiditätshilfen des Landes. Das sind die 100 Millionen €, die jetzt auch der Bund gegeben hat, sicherlich ein Anfang. Aber auch hier, meine Damen und Herren, 6 Milliarden € Verdienstausfall der Landwirtschaft und 100 Millionen € gibt der Bund. Das kann wirklich nur ein Anfang sein. Wir glauben, dass es auch zeitlich befristet Fütterungsbeihilfen oder auch ein Herauskaufen von Milchkühen eine zeitlich begrenzte Möglichkeit einer Hilfe darstellen sollte. Das wären konkrete Maßnahmen, über die wir einmal nachdenken sollten. Wir brauchen aber auch langfristig weitere Maßnahmen. So müssen wir die Exportmärkte für so hochwertige Produkte, wie die hessische Landwirtschaft sie produziert. Denn auch diese Exportmärkte weiter verstärken und entsprechend handeln. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN 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 Das war auch gegen die Interessen der Landwirte und die Interessen der Verbraucher gerichtet. Wir brauchen darüber hinaus bessere Marktstrukturen bei den Molkereien. Die Molkereien müssen bewusst sein, dass sie an dem Ast sägen, auf dem sie sitzen. In einigen Bereichen in Deutschland funktioniert das schon. In Hessen ist das aber durchaus noch ausbaufähig. Wir sollten in Zukunft stärker auf regionale Produkte setzen. Das ist ein Markt, der durchaus viel größere Akzeptanz hat und viel schneller wächst als der Biomarkt. Bioprodukte aus China und Neuseeland zu importieren, ist sicherlich keine nachhaltige Agrarpolitik. Wir dürfen uns nicht nur auf die Milch konzentrieren. Auch Schweinehalte- und Getreidebauern müssen mitunter kämpfen. Wir müssen endlich anerkennen, dass wir in Deutschland und Hessen sehr hohen Tierschutz- und Umweltstandards bereits haben. Bei der Viehhaltung, aber auch bei den Fleischerzeugnissen. Das ständige Schlechtreden unserer Bauern in Hessen muss endlich ein Ende haben. Ich erinnere mich sehr gut an die letzte Umweltausschusssitzung im Landtag, als der Kollege Kurt Wiegel sich in einem emotionalen Appell an die Tierschutzbeauftragte gewendet hat und darum gebeten hat, endlich Schluss damit zu machen, dass die Landwirte permanent an den Pranger gestellt werden. Dem kann ich mich nur anschließen. Wir haben in den letzten Jahren schon beim Tierschutz erhebliche Fortschritte gemacht. Das sollte man auch irgendwann einmal anerkennen. Da ist von einer sogenannten Agrarindustrie in Hessen wirklich nicht zu sprechen. Das ist sicherlich kaum richtig für das Land Hessen. Auf jeden Fall trifft das mit Sicherheit so nicht zu. Meine Damen und Herren, weil wir beide Setzpunkte zusammenfassen, habe ich die Gelegenheit, noch kurz darauf einzugehen, was wir heute schon einmal diskutiert haben. Das war der Klimaschutzplan. Wenn uns als Freie Demokraten vorgeworfen wird, dass wir an der Bananenversorgung interessiert werden. Wir reden davon, dass wir 80 Millionen Menschen in Deutschland mit einem hochwertigen Produkt aus der regionalen Landwirtschaft versorgen. Sie sind in der Lage, ein Produkt zu produzieren, das auf Weltmärkten Bestand haben kann. Da geht es darum, welches Bild von Landwirtschaft haben wir eigentlich. Was für eine Landwirtschaft wollen wir? Das zeigen eben auch die Stellungnahmen der GRÜNEN, wenn sie sich mit der sogenannten Agrarwende beschäftigen. Was für eine Landwirtschaft wollen wir? Seit Jahren betreibt die Bundesregierung eine Politik, die nicht zukunftsfähig ist und von der nur wenige profitieren. Das sagen die GRÜNEN. Das kommt nicht von uns. Meine Damen und Herren, wenn man sich mit dem Beschluss der Bundestagsfraktion der GRÜNEN zur Agrarwende auseinandersetzt, findet man Begriffe wie Antibiotikum, Missbrauch, Tierquälerei, Massentierhaltung, Monokulturen, Landraub, verseuchtes Grundwasser, Überdüngung der Böden, politische Fehlsteuerung, industrielle Fertigung, Megaschlachthöfe, Tiere misshandelt, Menschen unter unsäglichen Bedingungen ausgebeutet. Meine Damen und Herren, das ist nicht in etwa das, was die GRÜNEN sagen, was sie verhindern wollen, sondern das ist das, was die GRÜNEN skizzieren, als das, was real als Landwirtschaft in Deutschland existiert. Das ist das Bild, das die GRÜNEN von der existierenden Landwirtschaft haben. Deswegen rufen sie jetzt nach der Energiewende auch noch die Agrarwende aus. Schauen wir uns einmal an, was die GRÜNEN von der Bundesregierung jetzt fordern. Da sollen die EU-Direktzahlungen gedeckelt werden. Da soll es eine Änderung des Baugesetzbuches geben, Obergrenzen für Tierhaltungsanlagen, Verschärfung, Düngegesetz, Strigente Düngeverordnung, Änderung des Tierschutzgesetzes, ein Präventionsgesetz, weil Sie eben gesagt haben, es würde nicht um die Umerziehung gehen im Klimaaktionsplan, Präventionsgesetz als fester Bestandteil einer gesunden Ernährung an Kitas, Schulen, Unternehmen und Pflegeeinrichtungen zu gewährleisten. Meine Damen und Herren, der ökologische Landbau soll ein Förderschwerpunkt der Schulverpflegung werden. Was ist das denn anderes, als eine Umerziehung bei den kleinsten Kindern schon zu sagen, der traditionelle Landwirt arbeitet schlecht, die Ökolandwirtschaft arbeitet gut? Meine Damen und Herren, Hygieneampel, Nährwertampel, Verbraucherinformationsgesetz, das könnte man in einem Atemzug weiter fortführen. Meine Damen und Herren, das ist nichts anderes als eine Kampfansage an die traditionelle konventionelle Landwirtschaft, das ist eine Kampfansage an den Lebensmittelhandel und an die Lebensmittelproduzenten, das ist eine Kampfansage an den mündigen Verbraucher. Meine Damen und Herren, das ist nicht alles aus der Vergangenheit. Das stammt aus dem Jahr Januar 2015. Da darf ich einmal die hessischen GRÜNEN fragen. Da darf ich auch einmal die Frau Ministerin Hinz fragen, als es um die Beschlüsse der Bundespartei gab. Wo haben Sie sich eigentlich diesem Bild einer Landwirtschaft auf Ihrem Bundesparteitag entgegengestellt? Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. – Als Nächste hat sich Frau Abg. Feldmayer für die Fraktion BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben das Thema Milchkrise zum Setzpunkt angemeldet, weil wir Sorge haben um die landwirtschaftlichen Betriebe in Hessen angesichts der Marktpreise für Milch. Wir haben das Thema aber auch gewählt, weil wir ihnen zeigen wollen, dass sie auf unsere Unterstützung zählen können. Leider ging die Rede des Kollegen von der FDP komplett am Thema vorbei. Sie haben sich jetzt wieder versucht, in dem, was Sie schon die ganze Zeit machen, nämlich ideologische Gräben tiefer machen, anstatt irgendeine Lösung zu präsentieren, wie Sie das Thema Milchkrise oder die Existenznöte der Bauern in den Griff bringen wollen. Dazu haben Sie leider bisher überhaupt keinen Beitrag geleistet. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN Meine Damen und Herren, aktuell liegt der Milchpreis, den die Landwirtin oder der Landwirt bekommt, bei 20 Cent. 20 Cent, meine Damen und Herren, das ist billiger als Wasser. Ich finde, es ist beschämend, dass solche Preise an Menschen gezahlt werden, die sich wirklich tagtäglich abrackern, die harte Arbeit leisten, die eigentlich nie Urlaub machen können, die sich auch gar nicht leisten können, irgendwann einmal krank zu werden. Es ist auch unwürdig, den Tieren gegenüber, den Nutztieren gegenüber, von denen die Milch kommt, diese 20 Cent. Meine Damen und Herren, das sind Almosen. Wir wollen, dass die Landwirte faire Preise bekommen. Wir haben aktuell in Hessen nur noch ca. 3.200 Milchviehbetriebe. Allein zwischen 1991 und 2010 gab es einen Rückgang der Milchviehbetriebe um 89 %. Das ist wirklich dramatisch, denn hier geht es um Existenzen. Die Milchviehbetriebe bleiben. Die werden immer größer. Die kleinen Milchviehbetriebe fallen weg. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, es darf keine größeren Betriebe geben. Aber auch diese größeren Betriebe kriegen ein Problem. Sie müssen immer effektiver arbeiten. Sie müssen sich vergrößern, effektiver arbeiten. Sie müssen Kredite aufnehmen. Sie kommen aus diesem Dilemma raus, gerade bei den existierenden Preisen im Moment. Wir müssen die Milchviehbetriebe, die noch da sind, halten und unterstützen. Denn hier geht es doch um unsere heimische Landwirtschaft. Hier geht es um den ländlichen Raum. Hier geht es natürlich auch um unsere Kulturlandschaft und um die biologische Vielfalt, die ohne die Beweidung dieser Nutztiere teuer und auswendig gepflegt werden muss. Alles in allem kostet es uns enorm viel, wenn wir so weitermachen wie bisher und die Milchkrise nicht bekämpfen. Da wird die billige Milch für alle im Endeffekt teurer, fast unbezahlbar. Geiz ist nicht geil, Nachhaltigkeit ist geil. Denn nur das schafft gute Zukunftsperspektiven, meine Damen und Herren. Die Milchbauern stehen mit dem Rücken zur Wand. Ich bin Ministerin Hinz sehr dankbar, dass sie im Rahmen dessen, was wir als Land Hessen tun können, hilft, indem 5 Millionen € als Soforthilfe im Rahmen der Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete bereitgestellt werden und mit diesen 5 Millionen € zusätzlich insgesamt 20 Millionen € ausgeschüttet werden können. An Herrn Lenners gerichtet möchte ich sagen, klar, diese 20 Millionen € können das Problem nicht lösen, aber es hilft. Ich möchte Sie doch bitten, auch einmal zur Kenntnis zu nehmen, dass der Bauernpräsident Herr Schmal, der bei dieser Pressekonferenz auch zugegen gewesen ist, als es verkündet worden ist, dass es diese 5 Millionen € zusätzlich gibt, gesagt hat, es ist ein wichtiges Signal auch für den Bauernverband, dass die Hessische Landesregierung zusammen mit dem Ministerpräsidenten Bouffier und mit Ministerin Hinz verkündet hat, dass diese 5 Millionen € in Soforthilfe schnell und zügig bereitgestellt werden sollen. Es ist natürlich gut und wichtig, dass die Landesregierung die Milchbauern unterstützt. Aber wir müssen natürlich auch an die Ursache des Problems gehen. Die Ursache des Problems – wir haben hier schon mehrfach darüber diskutiert – das ist die große Milchmenge, die Überproduktion, die im Markt ist, und die geringe Nachfrage. Daher unterstützen wir auch die Landesregierung bei ihren Aktivitäten im Bundesrat zur Änderung des Agrarmarktstrukturgesetzes, nämlich die freiwillige Mengenabsprache zwischen Molkereien und Landwirten kartellrechtlich zu erleichtern. Das ist schon auf den Weg gebracht worden. Aber auch für ihren Einsatz bei der Bundesregierung, die sich auf EU-Ebene für eine zeitlich befristete Reduzierung der Milchmenge einsetzen sollen. Meine Damen und Herren, es ist doch wichtig, an die Ursache des Problems zu gehen und nicht immer nur an den Symptomen herumzudoktern. Deswegen halten wir es auch für grundfalsch, was die FDP in ihrem Antrag fordert, nämlich neue Exportmärkte für die hessischen Milchbauern zu erschließen. Welche Exportmärkte sollen das denn sein? Was wollen Sie denn machen? Wollen Sie noch mehr Milchpulver nach Afrika schicken und dann zusehen, wie dort unsere billige Milch die heimische Landwirtschaft kaputt macht? Meine Damen und Herren, ich glaube nicht, dass wir das wollen. Zum erneuten, untauglichen Versuch der FDP, ein Bild zu stellen, als würde mit dem Ökoaktionsplan irgendeine Benachteiligung der konventionellen Landwirte einhergehen oder sogar die Milchkrise verschärft werden, kann ich nur sagen, dass das, was Sie für ein Bild stellen wollen, so etwas von einem Hahn herbeigezogen ist, so etwas von absurd. Ich habe das Gefühl, Sie leben in der Vergangenheit, wo es auch noch die Gräben zwischen ökologischer Landwirtschaft und konventioneller Landwirtschaft hier in Hessen gab. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber ich glaube, Sie hätten diese Gräben ganz gerne wieder da. Wir haben sie nämlich mit unserer Landesregierung und mit Schwarz-Grün in Hessen zugeschüttet. Ich glaube, das ist auch eine gute Leistung. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Die Ökobauern sind doch auch Mitglieder des Bauernverbands. Das sind doch nicht nur konventionelle Mitglieder, sondern auch Ökobauern. Der Zukunftspakt Landwirtschaft ist doch von Ökobauern und von den Konventionellen zusammengeschlossen worden. Alles, was darin steht, nämlich die ökologische Landwirtschaft zu fordern, ist doch von den Ökobauern und von den Konventionellen zusammen unterschrieben worden. Wo sehen Sie denn den Gegensatz? Das beste Beispiel für die gute Zusammenarbeit zwischen Biobauern und den Konventionellen sieht man doch in der Ökomodellregion in der Wetterau. Soviel ich weiß, ist da auch ein Kollege von Ihnen, von der FDP, zuständig für die Landwirtschaft. In dieser Ökomodellregion in der Wetterau haben sich doch die Konventionellen und die Ökolandbauern zusammengetan, weil Sie gesagt haben, das ist eine gute Sache, Ökomodellregionen. Da machen wir mit. Wir Ökobauern in der Wetterau, wir haben nämlich den Markt, den Rhein-Main-Markt mit der großen Nachfrage nach ökologischen Lebensmitteln vor der Tür. Da machen wir mit. Da unterstützen wir gemeinsam von wegen ideologischen Gräben zwischen Konventionellen und Öko. Diese Gräben existieren hier schon lange nicht mehr. Meine Damen und Herren, das Einzige, wo ich Ihnen recht geben mag, Herr Lenders, ist in Ihrem Antrag, wo Sie sich kritisch äußern, zu der geplanten Fusion von Tengelmann und Edeka und zu dieser Ministererlaubnis. Auch das ist schwierig. Auch das wird die Konzentration im Markt natürlich verstärken. Das ist sicherlich ein Nachteil für die Landwirtinnen und Landwirte, aber auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Da sind wir ausnahmsweise einmal einer Meinung bei diesem Thema. Meine Damen und Herren, Ministerin Hinz tut alles, was von Hessen aus getan werden kann und möglich ist, um den Milchviehbetrieben zu helfen. Die Landesregierung handelt mit der Bereitstellung der zusätzlichen Mittel von 5 Millionen €, also insgesamt 20 Millionen €, im Rahmen der Ausgleichszulage verantwortlich. Herr Lenders, Sie hatten das schon angesprochen, das sind 70 % der Milchviehbetriebe, die wir in Hessen haben. Es sind nicht alle Milchviehbetriebe, die wir haben, aber das sind die Milchviehbetriebe, die in besonders schwierigen Lagen in Hessen sind, nämlich in Hanglagen oder in gebirgigen Regionen, also in all diesen Regionen, die nicht besonders über guten, fruchtbaren Boden verfügen, wo man keinen Ackerbau betreiben kann, wo man keinen Gemüseanbau betreiben kann. Diese Menschen sind besonders gebeutelt. Deswegen verstehe ich nicht, dass Sie gerade das auch noch kritisieren, meine Damen und Herren. Die Milchviehwirtschaft ist in diesen Regionen wirklich die einzige Möglichkeit, überhaupt Landwirtschaft zu betreiben. Wenn wir uns um diese Betriebe nicht mehr kümmern, dann werden wir irgendwann nur noch eine Konzentration haben auf einige wenige große Betriebe. Oder die Landwirtschaft wird komplett ins Ausland verlagert. All diese Dinge wollen wir nicht haben, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir GRÜNE in Hessen kämpfen um jeden Milchbauern. Aus diesem Grund haben wir heute auch noch einmal diesen Setzpunkt angesetzt. Wir müssen alles tun, was wir auf europäischer Ebene tun können. Aber wir müssen natürlich auch das tun, was wir hier tun können. Das macht Frau Ministerin Hinz. Morgen wird es eine Sonderagrarministerkonferenz in Brüssel geben. Da treffen die Agrarminister mit dem Agrarkommissar Phil Hogan zusammen. Aber auch hier gilt für uns bitte, und das wird auch unsere Ministerin machen, an die Ursachen des Problems gehen, nämlich an die übergroße Menge. An eine Mengenregulierung müssen wir gehen. Von daher wünsche ich Ministerin Hinz morgen alles Gute. Ich danke auch für die Unterstützung. In diesem Sinne hoffe ich, das auch noch einmal mit unserem Setzpunkt deutlich gemacht zu haben. Die Milchviehhalter in Hessen können auf uns zählen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Feldmayer. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Kollege Lenders für die Freien Demokraten gemeldet. Bitte schön. Herr Präsident, Frau Kollegin, das eine will ich Ihnen sagen. Bei der Frage der 5 Millionen € und das, wie Sie es gerade skizziert haben, haben nur 70 % der hessischen Landwirte Milcherzeuger erreicht. Das zeigt eben genau das Problem, dass die Decke oben und unten einfach zu kurz ist. Das zeigt genau das Problem. Sie hätten ja mehr Geld zur Verfügung gestellt, oder das nicht nur auf diese zusätzlich betroffenen Milchproduzenten konzentriert. Deswegen finde ich es nicht in Ordnung, dass Sie in so einer Debatte überhaupt nicht auf die Lösungsvorschläge, bis auf die Frage Export, auf unsere Lösungsvorschläge eingegangen sind, was Landesbürgschaften und Liquiditätshilfen des Landes anbelangt. Da sagen Sie kein Wort dazu. Lassen wir es einmal dabei. Lassen wir es einfach so im Raum stehen. Aber was ich Ihnen nicht durchgehen lasse, ist, dass Sie uns permanent die Geschichte erzählen wollen, wir hätten etwas gegen die Ökobauern, gegen ökologisch produzierte Produkte. Ich will Ihnen sagen, nicht wenige davon sind FDP-Mitglied. Ich kann Ihnen immer nur sagen, den Fehler, den Sie machen, ist eben, dass Sie diesen Bauern, diesen Ökolandwirten nicht die Chance lassen, in einer Marktnische einen fairen Preis zu erzielen. Sie haben nämlich noch einigermaßen faire Preise. Das, was Sie machen, ist, permanent zu versuchen, das Marktangebot zu vergrößern. Der Markt wird darauf reagieren. Das hat Frau Goldbach teilweise in einer Stellungnahme schon dargestellt. Die Nachfrage wächst stärker, als das Angebot nachwachsen kann. Meine Damen und Herren, der Handel wird auf diese Frage eine Antwort finden. Nur diese Antwort wird Ihnen nicht schmecken. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. – Zur Erwiderung, Frau Feldmayer, bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte kurz auf den Kollegen Lenders antworten. Es freut mich natürlich, dass Sie viele Biobauern in Ihrer Partei haben, Herr Lenders. Vielleicht können Sie mir einmal sagen, wer das ist. Vielleicht können wir Sie überzeugen, dass er zu den GRÜNEN kommt. Spaß beiseite. Das war nur ein Scherz. Ich möchte noch einmal inhaltlich darauf eingehen, was Sie gesagt haben zu Angebot und Nachfrage. Was meinen Sie denn, warum wir den Ökoaktionsplan in Hessen gestartet haben? Es gibt eine riesige Nachfrage nach Ökoprodukten in Hessen, die wir hier nicht befriedigen können. Genau aus diesem Grund ist der Ökoaktionsplan doch auf den Weg gebracht worden. Wir wollen doch, dass die Landwirte aus dieser Nische herauskommen. Das ist ein Wachstumsmarkt, Herr Lenders. Sie reden doch als Liberale immer davon, Angebot und Nachfrage. Das ist doch Ihr Mantra. Warum sind Sie denn bei diesem Punkt Öko-Landbau so stur? Ich verstehe es nicht. Warum denn nicht? Das ist doch das Gesetz der Marktwirtschaft. Es gibt eine große Nachfrage nach ökologisch erzeugten Produkten. Wir haben dafür zu wenig ökologisch erzeugte Produkte in Hessen. Genau dort handelt die Landesregierung. Das ist nachhaltig. Das ist richtig im Sinne der Ökonomie. Es ist ökologisch sinnvoll, und es ist sozial. Es schafft Arbeitsplätze. Genau das wollen wir, und das machen wir in Hessen. Das ist unsere Politik. Von daher danke ich Ihnen, dass Sie mir noch einmal Gelegenheit gegeben haben, unseren Ökoaktionsplan kurz vorzustellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Feldmayer. Als Nächste hat sich für die Fraktion der Sozialdemokraten zu Wort gemeldet. Herr Kollege Lotz, bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute Nachmittag einen breiten Raum für die Landwirtschaft mit zwei Setzpunkten. Ich finde das für gut. Herr Lenders, ich finde auch für gut, dass Sie jetzt als FDP auf einmal der Markt muss es regeln, dem im Prinzip mit Ihrer letzten Aussage widersprechen. Ich glaube, wenn ich mich mit Ihrem Antrag befasst habe, dann kommt in diesem Antrag wenig von einer Milch- oder auch von einer Schweinefleischkrise vor. Sie sprechen in diesem Antrag kaum von einer Krise, sondern dies haben Sie heute Mittag schon im Plenum gemacht. Das ist richtig. Aber ich glaube, wir müssen uns alle einmal darüber unterhalten, wie wir das Problem lösen oder wie wir die Probleme der Bauern lösen. Das war auch aus meiner Sicht ein Anfangsfehler der Landesregierung. Noch während der Agrarministerkonferenz in Fulda habe ich mich gefragt, warum so zögerlich vorgegangen wird. Warum hat Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt nicht auf den Tisch gehauen? Warum hat Ministerin Hinz nicht mehr aufs Tempo gedrängt oder ein Sofortprogramm für die Milchbauern gefordert? Damals so. Der einzige Fortschnitt in Fulda war, dass am Rande der üblichen Pressemeldung erstmals endlich das Wörtchen Milchkrise stand. Es ist ja nicht so, dass wir hier eine Selbsthilfegruppe für Krisenverweigerer gründen wollen. Aber die Krise ist da, also müssen wir sie auch so nennen. Wenn man sich mit dem Antrag von CDU und GRÜNEN befasst, hat man das Gefühl, dass CDU und GRÜNE den Fehler jetzt wiedergutmachen wollen. Das Wort Krise wird so oft reingequetscht, wie es nur irgendwie reinpasst. Wie auch immer, meine Damen und Herren, wir haben nun einen Antrag ohne Krise und einen voller Krisen. Beide sind nun zufälligerweise einen Tag vor der Konferenz der Agrarminister in Brüssel auf der Tagesordnung. Nichtsdestotrotz kann man ein Problem erst dann lösen, wenn man es benannt hat. Die Kreisbauernverbände, Main-Kinzig, Hochtaunus und der Regionalbauernverband Wetter auf Frankfurt haben sich vor einigen Tagen getroffen, um über die Milchkrise zu diskutieren. Dabei hat der neue Präsident des Bauernverbandes, Carsten Schmal, etwas Beachtliches gesagt. Er sagte, die Milchviehhalter sollen an einem Strang ziehen, um bei der Politik etwas bewirken zu können. Da haben wir die Schuldigen. Die Politik ist es. Im Antrag der CDU und der GRÜNEN steht, dass das Problem des Marktungleichgewichts von weiteren Maßnahmen auf Bundes- und EU-Ebene begleitet werden muss. Das sind also doch der Bund und Europa. Bayerns Landwirtschaftsminister Brunner appelliert wegen der Milchkrise an den Handel. Aha, also ist der Handel schuld. Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt kritisiert Landwirte und Molgereien, denn die Milchmengen seien ohne Vernunft gesteigert worden. Jetzt sind die Landwirte und die Molgereien selbst schuld, Herr Wiegel. Die grünen Agrarminister, darunter auch Ministerin Hinz, fordern die Bundesregierung auf, sie solle sich bei der EU für eine zeitlich befristete Milchmengenbegrenzung einsetzen. Am Ende des Tages entscheidet sich der Verbraucher aber im Supermarkt für die Milch für 40 Cent. In Russland mischen Sie mittlerweile aus Milchwangel Zement in den Käse. Sie sehen, meine Damen und Herren, es ist alles ganz klar, wer für die Milchkrise eigentlich verantwortlich ist. Aber was Carsten Schmahl sagt, sollte auf uns alle zutreffen. Wir müssen an einen Strang ziehen. Wir können es uns gar nicht leisten, es nicht zu tun. Ich unterstelle allen Antragstellern, dass sie den Landwirten helfen wollen. Die FDP muss sich natürlich entscheiden, welchen Schwerpunkt sie setzen will. Über eine Krise wollen Sie scheinbar mit uns nicht reden. Worüber denn? Ja, ich habe den Eindruck, die Gründe des Antrags sind der Ökoaktionsplan. Herr Lenders hat es auch betont. Der Ökoaktionsplan heißt aber für die SPD nicht eine Rolle rückwärts. Wir als SPD haben immer gesagt, dass die ökologische Landwirtschaft und die konventionelle Landwirtschaft nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Es ist jedoch dringend notwendig, landwirtschaftliche Betriebe auf eine nachhaltige, klimaschonende Bewirtschaftung stärker auszurichten. Meine Damen und Herren, das hat mit Ökoromantik nichts zu tun. Uns geht es um die Art des Wirtschaftens, die Qualität der Produkte, die Verantwortung der Betriebe gegenüber der Region und Aspekte wie Natur, Umwelt und Tierschutz. Leider widerspricht sich der Antrag der FDP an dieser Stelle selbst. Zum einen wird unter Punkt 7 eine größere gesellschaftliche und politische Anerkennung der Tierschutz- und Umweltstandards heimischer Fleischerzeugnisse gefordert. Das sehe ich im Übrigen auch so. Zum anderen sollen die Anforderungen für Tierschutz und Hygiene beschränkt werden. Das passt irgendwo nicht zusammen. Meine Damen und Herren, ob großer oder kleiner Bauernhof, zukunftsorientierte Landwirtschaft muss schonender mit Böden, Flora, Fauna sowie mit Wasser und Luft umgehen. Auch wenn die FDP von Lebensmitteln in nie gekannter Qualität spricht, die Verbraucher haben das Vertrauen vielfach in die Güte der Lebensmittel verloren. Tatsächlich sind diese jedoch laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung im Vergleich zu früher sicherer und qualitativ besser geworden. Das, denke ich, stimmt in der Tat. Aber man macht das nicht genau erfolgreiche Landwirtschaft aus, gesunde, leckere Produkte, die auf umweltfreundliche und tierartgerechte Weise entstanden sind. Ich habe nie viel von den Begriffen wie Smart Farming oder Landwirtschaft 4.0 gehalten. Aber inhaltlich, denke ich, ist das schon Pfund. Hier können wir doch ansetzen, meine Damen und Herren, mit schnellem Internet, einer modernen Infrastruktur für den ländlichen Raum, Weiterbildung für die Landwirte, aber auch Hilfe für regionale Wirtschaftskreisläufe. Es sollte eine stärkere Förderung der regionalen, dezentralen Verarbeitungs- und Vermarktungsbemühungen umgesetzt werden. Aber eines muss auch klar sein. Weil es am Freitag in Brüssel auch um Forderungen gehen wird, nicht die Forderungen in die eine oder andere Richtung haben dazu geführt, dass so viele Betriebe aus der Landwirtschaft ausgestiegen sind. Es waren und sind die mangelnden betrieblichen Perspektiven für die Landwirte aus der Produktion auszusteigen. Wir wissen doch heute auch, dass bundesweit 70 % der Betriebe keinen Hofnachfolger oder Hofnachfolgerin haben. Die Töchter und Söhne unserer Landwirte wollen etwas anderes machen. Die Bundesregierung hat deutlich gemacht, dass sie dem nur zum Teil entgegenwirken kann oder will. Wir müssen mit attraktiven Junglandwirteprogrammen auch Neueinsteiger den Weg ebnen. Meine Damen und Herren, lasst uns nicht immer nur mit dem Finger auf die anderen zeigen. Überlegen wir doch, was wir hier in Hessen machen können. Im April 2014 habe ich an dieser Stelle wörtlich gesagt, Frau Ministerin, wenn Sie das mit dem Ökoaktionsplan so durchziehen wollen, dann haben Sie in weiten Teilen unsere Unterstützung. Das habe ich auch in mehreren Veranstaltungen in Ihrer Gegenwart wiederholt. Leider haben Sie bislang darauf nicht reagiert. Gerne wiederhole ich es heute noch einmal. Wenn es um den Erhalt der hessischen Landwirtschaft geht, sind wir bereit, konstruktiv mit der Landesregierung zusammenzuarbeiten. Frau Ministerin, es wäre schön, wenn Sie über Ihren Schatten springen könnten und das Gespräch mit uns suchen würden. Das gilt selbstverständlich auch für alle anderen Parteien. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Kollege Lotz. – Als Nächste hat sich Frau Abg. Schott für die Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, das Thema ist zu groß und zu wichtig für kleinkarierte Parteienickeligkeiten. Sicher kann man an vielen Stellen und muss auch die Opposition, insbesondere die Regierungen, kritisieren. Aber selbst wenn diese Regierung an der Stelle alles perfekt und richtig machen würde und wir hier frenetischen Applaus dafür hätten, könnte sie dieses Problem nicht lösen. Ich glaube, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Das ist die Grundlage der Debatte. Wenn wir das außer Acht lassen, dann schießen wir am Thema vorbei. Ich denke, wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die Veränderungen von Markt, Import, Export und Lebensmittelproduktion in den letzten 100 Jahren dazu geführt haben, dass wir vor politischen Entscheidungen stehen, die eigentlich dazu führen müssten, dass wir so etwas haben müssten wie den Klimagipfel für unsere Landwirtschaft, einen Landwirtschaftsgipfel. Um nämlich zu überlegen, wie wir weltweit sinnvoll damit umgehen, Nahrungsmittel zu produzieren. Es gibt so etwas wie ein Gespür, so eine Emotionalität dafür, dass Menschen es gern haben, dass die Lebensmittel auch aus ihrer Region kommen. Das ist auch sinnvoll. Das sind kurze Wege. Dabei muss man nicht so viel kühlen, frisch halten, transportieren, hat weniger CO2-Ausstoß. Ökonomisch ist das nicht immer, weil mancherorts manches in großer Produktion viel preiswerter gemacht wird. Wenn man jetzt daraus schließt, wir müssen hin und her transportieren, dann führt das dazu, dass man riesige Produktionsstätten hat. Wir haben das Thema beim Weizen weltweit schon so. Dann bleibt die Landwirtschaft in den Regionen auf der Strecke. Wenn Marktorientierung, wenn Exportorientierung, wenn das freie Laufenlassen der Dinge, wie sie denn da laufen, so weitergeht, werden wir über lang oder kurz hier kaum mehr Landwirtschaft haben, weil sie nicht konkurrenzfähig ist. Wir haben hier eine Landwirtschaft, das ist vorhin schon beschrieben worden, in Hanglagen mit weniger guten Böden, wo wir insbesondere Milchvieh haben. Das ist doch eine ganz andere Art, Milch zu produzieren, als wenn ich das auf großen Flächen, in großen Stellen mit einer Technik machen kann, die sich erst bei einer Anschaffung ab einer Großtierzahl lohnt. Ich kann doch nicht in einem kleinen Laden riesige Maschinen anschaffen, um das Ganze wirtschaftlich zu betreiben. Dann verlieren wir all diese Landwirte hier. Genau deswegen müssen wir über die Grenzen dieses Landes hinaus und dazu können wir diese Landesregierung auffordern, über die Grenzen des Bundes hinaus bis Europa und ich glaube noch weiter, deutlich weiter darüber nachdenken, wie wir wollen, dass Lebensmittel produziert werden. Es ist richtig, dass Lebensmittel vor Ort produziert werden. Es ist wichtig für die Versorgung, für die kurzen Wege, für den CO2-Ausstoß und für das ökologische Gleichgewicht. Denn wir brauchen die Landwirte vor Ort nicht nur zum Produzieren von Lebensmitteln. Das ist ein Teil davon. Aber wir brauchen sie auch, weil wir die Landschaft pflegen und weil wir im Sinne von Klimaschutz genau diese Pflege der Landschaft auch brauchen und nicht irgendeinen Wildwuchs, der dann staatlicherseits in Form von Aufforstung oder Brache oder wie auch immer sich gestaltet. Das wäre nicht der Weg, wo wir hin müssen. Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt und hier schauen, wie wir Landwirte stärken können. Ja, das sind die 5 Millionen Tropfen auf den heißen Stein. Ich glaube, das wissen alle hier im Haus. Sie sind besser als nichts, aber sie helfen nicht. Sie retten auf die Dauer nichts und niemanden. Trotzdem muss man sie an dieser Stelle ausgeben. Aber es führt uns nicht weiter, uns von Krise zu Krise zu hangeln. Die nächsten Krisen kommen ganz bestimmt. Es gab die Ausrichtung insbesondere bei der Fleischproduktion auf Export. Dann hat sich die Welt an dieser Stelle weiter gedreht. Wir haben Embargo und Gegenembargo, was dazu führt, dass das nicht funktioniert. Das heißt, es geht nicht nur den Milchbauern schlecht, es geht auch den Schweinebauern schlecht. Weil sie abhängig sind von ganz vielen Faktoren. Das ist zum einen das Wetter, aber zum anderen auch die großpolitische Wetterlage. Beides führt dazu, dass Ernten schlecht sein können oder dass produziertes Fleisch nicht verkauft werden kann. Das heißt, wir müssen endlich über kleine Grenzen hinausdenken. Wir müssen genau die Dinge beachten. Das ist vorhin auch schon einmal gefallen. Wir können nicht nur auf Export setzen, wenn wir damit nichts anderes schaffen, als woanders die landwirtschaftlichen Märkte zu zerstören. Dann schaffen wir wieder Armut, und mit Armut schaffen wir wieder Wirtschaftsflüchtlinge. Dann haben wir wieder ein anderes Problem. Vielmehr müssen wir schauen, dass wir es hinkriegen, weltweit eine Produktion zu schaffen, mit der wir Menschen mit Lebensmitteln versorgen und mit der wir einen wichtigen ökologischen Baustein haben. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Dass diese Situation eben nicht da ist, das zeigt schon die Perversion, dass die Landwirte auf der einen Seite laut und deutlich beklagen, dass ständig mehr landwirtschaftliches Land verloren geht. Auf der anderen Seite geht es nicht verloren. Sie sind doch die, die es verkaufen. Sie verkaufen es auch zweckfremd, wenn das denn möglich ist. Es gibt ja auch Druck auf kommunale Politiker, zu sagen, jetzt widme ich das bitte einmal um, weil wir gerne ein bisschen mehr Geld bekommen als für Weideland. Sie verkaufen aber vor allen Dingen, weil sie die Einnahme brauchen, weil sie das Geld brauchen. Dieser einmalige Verkauf des Tafelsilbers rettet sie aber auch nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn wir diese Situation anschauen und dann sehen, dass es in der Zwischenzeit schon Landwirte gibt, die ganz öffentlich über Vergesellschaftung von Boden reden, dann wissen wir doch, dass ganz viele Menschen das Problem schon erkannt haben. Wenn wir hier auf der Ebene von Konkurrenzen darüber reden, als ob das Problem hier zu lösen wäre, dann zeigen wir damit nur, dass wir es nicht erkannt haben und dass wir auch nicht erkannt haben, dass wir es dringend und sehr viel größer angehen müssen. Ich mache mir da keine Illusionen. Wir werden es nicht hinkriegen, dass alle Regierungen der Welt sich an einen Tisch setzen und sagen, juhu, wir müssen die Landwirte retten. Aber wir müssen die Anstrengungen unternehmen. Wir müssen klarmachen, dass es hier ein Problem gibt, und dass es ein Problem gibt, das sich in den nächsten Jahren verschärfen wird. Oder wir müssen akzeptieren, dass es Regionen in der Welt gibt, die Weizen, Schweinefleisch oder Soja produzieren. Wenn das einmal schief geht, dann geht es halt schief, und dann müssen alle zusehen, wie sie klarkommen. Das wollen wir doch aber nicht akzeptieren. Ich glaube, darüber besteht Einigkeit in diesem Haus. Deshalb geht mein Appell, noch einmal dahin zu sagen, lassen Sie uns wirklich gemeinsam schauen, da kann ich mich unmittelbar an den Vorredner anschließen, wie man das Problem lösen kann. Das heißt, kurzfristige Hilfen sind nötig, auch wenn Sie keinen Bauern auf die Dauer retten werden, weder einen Ökobauern noch einen konventionellen. Wir müssen darüber hinaus schauen, welche Stellschrauben sind zu drehen, um hier erst einmal Abhilfe zu schaffen. Das ist notwendig. Aber langfristig wird es nicht reichen. Wenn wir langfristig die Landwirtschaft in unserem Land sichern müssen, dann müssen wir global denken, und zwar nicht im Sinne von, wie wir den Welthandel global schaffen, sondern wie wir mit den anderen Gesprächen zustande, in Form von Gipfeln, und zwar weltweiten Gipfeln, die klar machen, wenn wir es laufen lassen, läuft es möglicherweise in eine Katastrophe. Vielen Dank, Frau Schott. – Als Nächster hat sich Herr Kollege Wiegel für die CDU-Fraktion gemeldet. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich ein bisschen anders anfangen. Draußen hat gerade die Getreideernte begonnen. Wir sehen überall die Mähdrescher fahren, die jetzt auch unser tägliches Brot ernten. Das ist eigentlich die Hochzeit der Landwirtschaft. Meine Damen und Herren, machen Sie sich einmal bewusst, dass, wenn Sie ein Brötchen kaufen, noch für zwei Euro Cent Getreide enthalten sind in diesem Brötchen. Wenn Sie sich dann noch 100 Gramm Bratwürstchen dazu gönnen, kommen bei den Landwirten und Landwirten, dem Hugo das noch einmal zu sagen, auch zurzeit ca. 17 Cent an. Also 19 Cent landen beim Landwirt für eine Semmel mit Bratwurst. Nehmen wir dann noch einen Liter Milch dazu, der zurzeit ca. 21 Cent, die beim Landwirt ankommen, dann haben wir für 40 Cent eine volle Nahrung, die gerade beim Landwirt ankommt. Das funktioniert leider nicht. Wir müssen uns eines sehr klarmachen. Davon können die Betriebe nicht existieren. Das sind Preise, die die Erzeuger in den Ruin treiben. Gerade die Milcherzeuger sind neben den Ferkelentzeugern sowie den Schweinemästern in einer der schwersten Agrarkrisen der letzten Jahrzehnte. Viele Betriebe sind in ihrer Existenz gefährdet, denn die derzeitigen Erlöse decken die Kosten nicht mehr. Es steht zu befürchten, dass es bei einer weiter andauernden Krise zu massiven Betriebsaufgaben gerade auch hier in Hessen kommen wird. Meine Damen und Herren, das ist nicht einfach eine Marktbereinigung, wie man sie in einer Marktwirtschaft, ja, der kann sie auch einmal so vorkommen. Das ist eine Umwälzung, die die flächendeckende Landwirtschaft, die mit ihr den Umweltschutz, die Kulturlandschaft und den ländlichen Raum infrage stellt. Jetzt sind diese Struktur, jetzt sind diese Betriebe ihren Grundfesten bedroht, weil die Preise derzeit so sind, wie ich sie dargestellt habe. Ich will sehr stichpunktartig auf die verschiedenen Aspekte eingehen. Erstens. Warum ist das so? Wir haben nach Auslaufen der Milchquote und auch schon vorher leichte Produktionsausweitungen. Die Nachfrage in Europa ist relativ konstant, aber ziemlich unelastisch. Der Absatz über den Export ist aus verschiedenen Gründen auch das wurde schon angesprochen, von den russischen Gegensanktionen über wirtschaftliche Schwierigkeiten im Nahen Osten wegen des Ölpreisfalls bis hin zu Wachstumseinbußen im fernen Osten eingebrochen. Das führt – dazu muss man ein Ökonom sein – zu Preisrückgängen. Gerade beim Milchpreis schlägt sich das aufgrund der Marktstruktur besonders auf den Erzeugerpreis durch. Wir müssen – auch das ist angesprochen worden – daher die Rahmenbedingungen so verändern, dass Bäuerinnen und Bauern sowie die Vermarkter auf Augenhöhe mit dem Lebensmittelhandel agieren können. Die fünf größten Ketten machen 80 % des Handels aus. Das braucht mehr kartellrechtliche Regulierung. Es kann auch nicht sein, dass Einzelne gar nicht mehr verhandeln, sondern sich der Abschließen der anderen anschließen und somit immer den günstigsten Abschluss bekommen. Am Dienstag hat das Oberlandesgericht Düsseldorf die Übernahme von Kaisers Tengelmann durch Edeka, die Bundesminister Gabriel gegen Empfehlungen genehmigen wollte, gestoppt. Ich begrüße das ausdrücklich und hoffe, dass das auch ein Signal für mehr Fairness bei den Preisverhandlungen sein kann. Es ist leider auch so, dass Überlegungen einer freiwilligen Regulierung der Milchmenge durch die Marktakteure zur Entschärfung der Krise leider bisher zu wenig gegriffen haben. Das ist ärgerlich, weil die Politik mit dem Agrarmarktstrukturgesetz die Rahmenbedingungen geschaffen hat, dass die Vermarkter, also Molkereien durch Poolen, sich stärker gegen den Handel und damit für die Erzeuger einsetzen könnten. Es braucht daher stärkere Schritte. Diese können aber kein Zurück zur Quote sein. Dies wollte niemand, das will auch jetzt niemand. Staatliche Mengen- und Preissteuerungen funktionieren nicht, und es ist nicht effizient. Ich bin dankbar, dass dies auch der gesamte Berufsstand so sieht. Zweitens. Wie können wir helfen? Wir haben in Hessen, auch das ist schon angesprochen worden, einen wichtigen Schritt getan. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass 5 Millionen € als Soforthilfe über die Ausgleichszulage für benachteilige Gebiete zur Verfügung gestellt werden. Damit können die existenzbedrohenden Auswirkungen der andauernden Marktkrise etwas abgemildert werden. Ich danke Ministerpräsident Bouffier, Ministerin Hinz und auch Finanzminister Dr. Schäfer sehr herzlich, dass es gelungen ist, hier schnell und unbürokratische Hilfen bereitzustellen. Insgesamt können durch diese Aufstockung in diesem Jahr voraussichtlich insgesamt rund 20 Millionen € über die Ausgleichszulage ausgeschüttet werden. Wir sind uns bewusst, dass nicht nur Milchviehbetriebe dieses Geld erhalten. Aber anders war eine schnelle, ohne bürokratische Auszahlung nicht möglich. Auch das muss man wissen. Wenn es über Brüssel gelaufen wäre, hätten wir erst Genehmigungen einholen müssen. Ich weiß nicht, ob die Auszahlung dieses Jahr noch gekommen wäre. So haben wir eine schnelle, unbürokratische Hilfe hinbekommen. Dieses Geld kommt vorrangig den Grünlandflächen zugute. Circa 70 % dieser Flächen werden von rinderhaltenden Betrieben bewirtschaftet. Auch das will ich anmerken. Für Weizen- und Maisflächen gibt es, wie schon bisher, keine Förderung über das AGZ. Vor allem sendet die Hessische Landesregierung damit ein Signal an die Bäuerinnen und Bauern, ein Signal, das lautet, wir lassen euch nicht alleine in der Krise. Auch wenn wir als Landespolitik das Problem nicht alleine lösen können, tun wir doch alles, was in unserer Macht steht, um euch zu helfen, weil wir euch brauchen und weil ihr wichtigst für unser Land seid. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Aber auch, das wollen wir nicht verschweigen, der Bund hat einiges getan und auf den Weg gebracht, um unmittelbar zu helfen. Die Bundesregierung und Bundesminister Christian Schmitt stellen zusätzlich 78 Millionen € für die bäuerliche Unfallversicherung zur Verfügung. Das entlastet die Betriebe unmittelbar. Außerdem wird es noch die Installierung eines 100 Millionen €. Ich hoffe, das Plus kommt auch Existenzsicherungs- und Wirtschaftsprogramme und Möglichkeiten. Auch das scheint mir wichtig zur Steuerkletzung zu geben. Auch die Bundesregierung hat schon Maßnahmen ergriffen, um kurzfristig zu helfen. Aber auch diese Maßnahmen werden allein das Problem nicht lösen. Wir brauchen daher europäische Lösungen. Auch hier erinnere ich an die Europa-Debatte, die wir am Dienstag geführt haben, die auch alles nur möglich ist, wenn wir gemeinsam in Europa an einem Strang ziehen. Am Ende kann nur ein fairer Milchpreis den Betrieben auf Dauer helfen. Nur bei einer Reduzierung der Milchmenge auf Ebene der Europäischen Union kann sich der Markt erholen und die Erzeugerpreise auf ein angemessenes Niveau ansteigen lassen. Wir brauchen eine europäische Lösung. Denn nur diese verspricht die nötige Wirkung auf dem europäischen Markt. Hier sind einige Vorschläge auf dem Markt. Erst kürzlich, am 28. Juni, hat der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs die Kommission aufgefordert, ich zitiere, dringend alle erforderlichen Unterstützungsmaßnahmen einzuleiten, gegebenenfalls einschließlich finanzieller Unterstützung für Landwirte und appellierte an alle Objekteure der Versorgungskette zur Verbesserung der Marktbedingungen beizutragen. Ich bin dabei durchaus dafür, dass man auch Anreize setzt, Mengen zu reduzieren. Auf europäischer Ebene kann man so sagen, dass zumindest diejenigen, die von Hilfestellungen profitieren wollen, Mengen zurückfahren und damit einen Beitrag zur langfristigen Problemlösung bringen müssen. Diese Position vertritt Deutschland auch in Brüssel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es schon häufig gesagt. Gerade ich als praktizierender Landwirte der CDU-Fraktion sage es gerne und immer wieder. Wir, das heißt meine Fraktion, diese Koalition und die durch Sie getragene Landesregierung stehen fest an der Seite der hessischen Landwirte. Wir lassen unsere Bauern nicht im Stich, sondern wir helfen und unterstützen sie, wo und so gut wir es können. Wir machen das nicht, weil die meisten Landwirte, das ist auch so, die CDU wählen, sondern wir machen das, weil uns der Wert einer funktionsfähigen, flächendeckenden Landwirtschaft für unser ganzes Land, für unsere Gesellschaft und in ländlichen Räumen bewusst ist. Landwirtschaft ist nicht irgendeine Form des Wirtschaftens. Meine Damen und Herren, wir haben in Hessen eine kleinteilige und kleinbäulig strukturierte Landwirtschaft. So wollen wir sie erhalten. Vor allem wollen wir sie flächendeckend überall in Hessen erhalten. Warum? Weil Landwirtschaft noch viel mehr tut als Waren zu produzieren, in diesem Fall Lebensmittel. Ja, über 17.800 landwirtschaftliche Betriebe geben in Hessen fast 60.000 Menschen Arbeit. Landwirtschaft ist gelebter Umwelt- und Artenschutz. Die Landwirte haben hohe Auflagen, und sie erfüllen diese Auflagen. Ich bin froh, dass die Freie Demokraten ihren Antrag auch so formulieren. Wir müssen gemeinsam dafür werben, dass diese Leistungen anerkannt und gewürdigt werden. Es ist viel passiert, und die Auflagen werden noch immer schärfer, sei es im Bereich des Tierschutzes, des Umwelts- oder des Natur- und Artenschutzes, wo Hessen ebenfalls vorangeht und Verantwortung übernimmt, sei es im Immersionsschutz oder im Wasserrecht. In Amerika, in Asien, in Afrika werden nirgends so hohe Standards eingehalten. Das müssen wir auch draußen unseren Verbrauchern sehr deutlich sagen. Eng damit verknüpft ist der Erhalt unserer einzigen Kulturlandschaft in Hessen, der nur durch landwirtschaftliche – ich muss das immer wieder erwähnen – Bewirtschaftung möglich ist. Nicht zuletzt sind Land- und Forstwirtschaft ganz wichtige Säulen für den ländlichen Raum. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen, wir müssen das erhalten. Das sind Familienbetriebe mit langer Tradition. Ein verlorener, ein aufgegebener Betrieb kommt nicht mehr zurück. Die Landwirte erhalten daher Gelder aus Brüssel, aus Berlin und auch vonseiten des Landes Hessen. Ich lege aber Wert auf die Feststellung, unsere Landwirte erhalten keine Subventionen. Sie erhalten eine Entlohnung für gesellschaftlich gemeinnützige Leistungen. Sie haben dieses Geld verdient. Ich will noch einige Worte zum Antrag der FDP sagen. Vieles von dem, was Sie schreiben, ist vernünftig und geht in die richtige Richtung. Ich glaube Ihnen, dass Sie trotz Ihrer sonst sehr marktliberalen Einstellung ebenso wie wir den Landwirten Hilfsstellung geben wollen. Wir sind uns einig, dass dies im Rahmen des Wettbewerbs und des europäischen Marktes geschehen muss. Auch bei der Steigerung des Absatzes regionale Produkte und der Anerkennung der gesellschaftlichen Leistungen der Landwirte sind wir durchaus beieinander. Wir wollen am besten geschlossene regionale Wertschöpfungsketzen. Grundsätzlich haben wir auch beim Bürokratieabbau ähnliche Sichtweisen. Ja, der Bauer muss raus aus den Büros und rauf auf die Felder. Wir wissen, dass das nicht einfach ist. Hören Sie zu, Herr Rentsch. Weil wir nun einmal ein komplexes Fördersystem haben und wenn wir sagen, dass es Förderung dafür gibt, dass der Landwirt gesellschaftliche Leistungen erbringt, müssen wir zu einem gewissen Grad damit leben, dass die Gesellschaft, die das finanziert, Rechenschaft verlangt, ob der Landwirt diese Leistungen auch erbringt. Da gibt es sicher noch viel Raum für Verbesserungen. Ich bin auch nicht mit allem glücklich. Aber diese Frage ist nun einmal kompliziert. Was mir nicht gefällt, ist, dass Sie von der FDP immer wieder versuchen, ökologische und konventionelle Betriebe gegeneinander auszuspielen. Dieses Problem ist im Berufsstand Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die Landwirtschaft ist schon viel weiter. Bauernverband und alle Ökoverbände haben mit der Landesregierung den Pakt für die Landwirtschaft unterschrieben. Herr Kollege, Sie müssen trotzdem dringend zum Ende kommen. Ich weiß, es ist zwar eine Viertelstunde lang, aber es ist doch immer enger. Wir haben alle, ob öko- oder konventionell, diesen Punkt unterschrieben. Lassen Sie mich zusammenfassen. Der CDU, dieser Koalition und dieser Landesregierung sind alle Bäuerinnen und Bauern in Hessen sehr wichtig. Wir unterstützen alle Betriebe nach Kräften. Wir akzeptieren Ihre freien unternehmerischen Entscheidungen. Dafür bieten wir Ihnen eine sehr breite Palette an Hilfs- und Förderangaben. Herr Kollege, bitte. Die Landwirtschaft honoriert das auch in schwierigen Zeiten. Herr Präsident, will Sie noch einen letzten Satz gestatten? Herr Präsident, der allerletzte. Genau, ist der allerletzte. Es gibt da so schöne Sprüche. Die Milch macht müde Männer munter. Denken Sie daran. Genießen Sie draußen Milch. Immer Milch. Danke. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD 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 Vielen Dank, Herr Kollege Wiegel. – Ich nehme an, für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Hinz. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Kurt Wiegel, ich überlege mir jetzt gerade, was für die müden Frauen eigentlich übrig bleibt. Beifall bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN – Zuruf von der SPD Aber wir dürfen, glaube ich, auch Milch trinken. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die wirtschaftliche Situation vieler Landwirte ist tatsächlich sehr prekär. Das gilt für die Schweinehalter, weil der Schweinepreis im Keller ist. Das gilt insgesamt für die Bauern, die frische Produkte in den Markt bringen, weil insbesondere die frischen Produkte in Deutschland leider niedrige Verbraucherpreise haben, niedriger als im sonstigen europäischen Vergleich. Das ist äußerst bedauerlich. Eigentlich müssten die Verbraucherinnen und Verbraucher tatsächlich bereit sein, für gesunde, vollwertige Nahrungsmittel auch tatsächlich mehr zu bezahlen. Der Handel müsste die Preise bieten und die Erzeugerpreise entsprechend steigern. Das ist etwas, was eigentlich unserer gemeinsamen Anstrengung bedarf. Die wirtschaftliche Situation der Milchviehbetriebe, gerade im konventionellen Bereich, ist allerdings besonders schwierig in Hessen und in Deutschland, um nicht zu sagen katastrophal. Europaweit haben wir in vielen Ländern eine solche Krise nicht in allen. Für Hessen reden wir von rund 3.200 Milchviehbetrieben mit knapp 150.000 Milchkühen, die fast 1 Million Tonnen Milch im Jahr erzeugen. Die Auszahlungspreise liegen seit etlichen Monaten in Hessen knapp über 20 Cent. Es gibt andere Bundesländer, da liegt der Liter Milch schon bei unter 20 Cent. Damit ist ein wirtschaftliches Auskommen schlicht und einfach nicht mehr möglich. Für viele Landwirte bedeutet es, die Frage zu stellen, für sich halte ich aus oder gebe ich auf. Wir haben immer mehr Prognosen und immer mehr Meldungen von möglichen Betriebsaufgaben. Was das an Ängsten und finanziellen Unsicherheiten für die betroffenen Familien bedeutet, kann wahrscheinlich jeder hier nachvollziehen. Wenn uns die Milchviehbetriebe wegbrechen, dann sind es nicht nur einzelne Betriebe und die Existenzen von einzelnen Familien, sondern es steht zu befürchten, dass damit auch die Landwirtschaft in den Grünlandregionen insgesamt wegbricht. Die Milchwirtschaft ist aber existenziell, um auch diesen Regionen die Bewirtschaftung der Flächen sicherzustellen und die Kulturlandschaft zu erhalten. Darüber hinaus auch für die wirtschaftlichen Kreisläufe und das soziale Leben in diesen Regionen. Auch deshalb wollen und müssen wir die Landwirtschaft dort erhalten wollen. Das ist ein Grund, weshalb sich die Landesregierung entschieden hat, 5 Millionen € Soforthilfe über die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete auszuzahlen. Sicherlich löst das nicht das Problem insgesamt. Das hat auch nie jemand behauptet, keine Frage. Es löst nicht das strukturelle Problem. Es ist tatsächlich eine Soforthilfe als Signal für die Landwirtschaft, dass die Landesregierung ihre Nöte sieht. Ich glaube, dass man in solchen Krisensituationen ein solches Signal auch an die Betroffenen geben muss und dass das ein Wert an sich ist. Entschieden haben wir uns für dieses Instrument, weil es noch in diesem Sommer, in diesem Jahr die Mehrzahl der betroffenen Betriebe erreicht werden kann. Insgesamt wollen wir über die Ausgleichszulage in diesem Jahr voraussichtlich rund 20 Millionen € als Unterstützung für die Betriebe leisten. 5 Millionen € tatsächlich frisches Geld, 10 Millionen €, die im Haushalt schon stehen, und weitere 5 Millionen €, von denen wir glauben, dass wir sie über den landwirtschaftlichen Bereich, wo wir sonst nicht so viel ausschütten müssen, in diesem Jahr nicht zurückgeben an den Finanzminister, sondern dann auch in der Landwirtschaft behalten und zusätzlich mit als Unterstützung für die Betriebe geben. Es ist so, dass wir diese Krise nicht in Hessen lösen können. Wir können sie noch nicht einmal deutschlandweit lösen. Wir müssen sie gemeinsam europäisch angehen. Das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, tatsächlich an die Ursache des Problems zu kommen. Jetzt will ich etwas sagen, was manchen vielleicht nicht so schmeckt. Vor allen Dingen jedenfalls nach der Ausrichtung des Antrags der FDP und der Rede von Herrn Lenders nicht. Die Milchquote ist weggefallen. Ja, das ist richtig so. Es war lange angebahnt, dass die Milchquote wegfällt. Keiner will mehr zur Milchquote zurück. Allerdings ist der Landwirtschaft im Hinblick auf den Wegfall der Milchquote suggeriert worden, dass sie doch nur möglichst alle ihre Ställe vergrößern sollen, ihren Milchviehbestand mehren sollen. Im Export läge dann die Wahrheit dafür, dass mit Wegfall der Milchquote die Betriebe viel Geld verdienen können. Das kann einmal so sein. Klar. Ich will auch nicht den Export verbieten. Nur wenn man sich auf ein solches, in Anführungsstrichen, Abenteuer oder auf eine solche marktwirtschaftliche Lösung einlässt, dann muss auch jeder wissen, wenn die Rahmenbedingungen einmal nicht mehr stimmen, weil außenpolitische Entscheidungen so getroffen werden, dass sie aus außenpolitischen und sicherheitspolitischen Gründen getroffen werden und nicht nach der Frage, ob ein Berufsstand jetzt Einbußen erlebt, wie in Russland oder wie in China sich dort die wirtschaftliche Situation verändert und die Milchprodukte dann nicht mehr einführen, weil sie nicht mehr so viel Geld insgesamt zur Verfügung haben, dann kommt das natürlich als Rollback zurück. Das muss jeder wissen, der sagt, die deutsche Landwirtschaft soll am besten weiter auf Export ausgerichtet werden. Ich halte das persönlich für einen Fehler. Natürlich müssen wir in einer globalen Welt auch an Export teilnehmen. Aber das ist nicht das vorrangige Ziel. Das kann auch nicht das vorrangige Instrument sein. Das vorrangige Instrument muss immer noch sein, die heimische Bevölkerung mit heimischen Produkten möglichst zu versorgen. Hier haben wir Märkte, die wir noch bedienen können, sowohl im konventionellen Bereich, was regionale Vermarktung angeht, als auch im ökologischen Bereich, was ja auch noch ein Zuwachsmarkt ist. Dann muss man schauen, ob man im europäischen Markt seine Sachen unterbringt. Dann kann man schauen, wo man im Export auch noch etwas verdienen kann. Ich weiß nicht, wie parlamentarisch das jetzt ist. Völlig verrückt ist die Idee, dass man jetzt noch mit Bürgschaften dazu beiträgt, dass Milch nach Nordafrika und Afrika verbracht wird. Liebe Leute, dann kann man gleich noch ein paar Millionen € mitgeben für die Entwicklungshilfe dort, weil man den paar Bauern, die es da noch gibt, die Existenzgrundlagen auch noch wegschreddert. Das kann also nicht Aufgabe von verantwortlicher Landwirtschaftspolitik sein, weder auf nationaler Ebene noch auf europäischer Ebene noch auf internationaler Ebene. Die Ursache derzeit für den Verfall des Milchpreises ist, dass wir europaweit eine zu hohe Milchmenge haben, die nicht mehr vom Markt aufgenommen werden kann. Dann kann man als Staat – dazu sind wir auch verpflichtet – sagen, dann müssen wir kurzfristig in eine Regulierung hinein. Solche staatlichen Interventionen gibt es auch immer für andere Branchen, wenn sie denn in die Krise kommen, sei es die Automobilbranche, die Stahlbranche, die Kohlebranche. Es ist völlig egal, solche staatlichen Interventionen gibt es immer wieder. Dann finde ich sie auch gerechtfertigt. Deswegen soll es nicht zurück zur Milchquote, sondern die Regulierung soll dazu dienen, dass kurzfristig Milch aus dem Markt genommen wird, damit sich der Preis wieder stabilisieren kann. Dann kann auch wieder diese staatliche Regulierung aufgehoben werden. Darum kämpfen wir morgen in Brüssel. Das ist im Wesentlichen ein gemeinsamer Kampf aller Agrarministerinnen und Agrarminister Deutschlands. Wir haben jedenfalls im März dazu schon eine Entscheidung in der Agrarministerkonferenz getroffen. Wir haben im Bundesrat mit unseren Entscheidungen zum Agrarmarktstrukturgesetz dazu auch Bahn gelegt. Ich hoffe, dass wir morgen den EU-Kommissar Phil Hogan auch entsprechend davon überzeugen können, dass ein solcher Weg notwendig ist. Polen und Frankreich stehen auch jetzt schon an unserer Seite. Ich will noch drei Worte zu dem Antrag der FDP verlieren, weil ich es auch einigermaßen vergnüglich finde, wenn die FDP ihren Antrag mit Zukunft der Landwirtschaft überschreibt und dann eine ganze Passage drin hat, die sich mit der ökologischen Landwirtschaft beschäftigt. Wie der Gräben aufmacht, jedenfalls textlich, in der Rede kam es auch so an, und dann sagt, die Hessische Landesregierung würde den Ökobauern zu viel Geld geben und würde die konventionellen nicht beachten. Ich weiß nicht, mit wem Sie so reden, aber ich glaube, Sie haben eher Phantomschmerzen, dass Sie nicht mehr in der Regierung sind und sich wundern, dass es eine grüne Landwirtschaftsministerin gibt, die es geschafft hat, mit allen Teilen der Landwirtschaft eine Arbeitsbeziehung aufzubauen, die nicht nur bilateral gut funktioniert, sondern die auch im Netz gut funktioniert. Darüber bin ich sehr froh. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir auf diesem Weg weitermachen. Im Übrigen ist es tatsächlich so, dass wir einen Zukunftsmarkt haben in diesem Bereich, auch noch in Hessen, für die regionale Vermarktung, die auch die konventionellen umfasst, für die ökologische Vermarktung. Wir haben mit unserem Projekt der Verbesserung der Produktions- und Vermarktungsstrukturen auch jetzt eine Grundlage gelegt dafür, dass die Bauern ihre Produkte noch besser in Hessen absetzen können. Wir haben die Umstellungsberatung nach wie vor für konventionelle Betriebe auf die Ökobetriebe. Aber wir sagen auch allen Milchviehbetrieben insbesondere, kümmert euch erst um eine Molkerei, die euch als neuer Ökobetrieb annimmt, damit es keinen Preisverfall bei der Ökomilch gibt. Während im Ackerbau und im Gemüseanbau für den Ökobereich ist der Markt noch völlig unbelastet. Da können wir noch viele Umsteller in Hessen verkraften. Meine Damen und Herren von der FDP-Fraktion, sollten Sie endlich Ihre ideologischen Scheuklappen da jedenfalls ablegen. Was den Herrn Lorz angeht, wenn Sie mir ein Gesprächsangebot machen, nehme ich das sofort an. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Wenn Sie einmal wissen wollen, wie eine Beschlussfassung einer Agrarministerkonferenz zustande kommt und dass das nicht von einer Ministerin abhängig ist, sondern dass wir immer ein einstimmiges Votum brauchen, dann erzähle ich Ihnen das auch noch einmal gerne, entweder beim Kaffee oder auch bei einem Glas Wasser. Ich habe immer schon alle Gesprächsangebote ausgeschlagen, ich habe jedenfalls noch nie ein Gesprächsangebot ausgeschlagen, auch nicht und gerade auch nicht von der SPD. Herzlichen Dank für das Zuhören. Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir fahren fort in der Debatte. Das Wort hat Herr Abg. Rentsch, Fraktionsvorsitzender der Freien Demokraten. Bitte sehr. Vizepräsidentin Heike Habermann, meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, warum Sie sich so aufregen. Sie haben doch Ihr Schicksal als Abgeordnete selbst gewählt. Das ist hier im Parlament, hier wird debattiert. So ist das, Frau Ministerin. Wenn Sie das Netzwerk mit den Landwirten genauso pflegen, wie Sie die Opposition beim Klimaschutzaktionsplan einbinden, kann ich mir ungefähr vorstellen, wie die Gespräche stattfinden, nämlich gar nicht. Das ist ja unfassbar. Wir haben auch nach zweieinhalb Jahren Schmerzen bereiten mir andere Sachen, aber das bereitet mir keine Schmerzen. Ich habe ehrlicherweise auch noch nie auf einem Bauernhof, konventionell oder bio, ein Bild der heiligen Priska gesehen. Dass es dort eine Verehrung von Frau Ministerin Hinz gibt, das ist eine Eigenwahrnehmung, die wir von den GRÜNEN gelegentlich kennen. Aber das ist nicht so, das kann ich Ihnen sagen. In den Gesprächen mit den Landwirten wird schon differenziert, und es wird schon erkannt, dass Sie, Frau Ministerin, ein Prä beim Thema Biolandwirtschaft haben. Das ist bei einer grünen Ministerin auch nicht überraschend. Es ist ja okay, dass es so ist. Jetzt sage ich einmal für mich – das muss meine Fraktion kurz weghören – sogar ich kaufe Bio-Liebensmittel. Das ist so. Ich erkenne mich teilweise – ja, das ist überraschend. Holger Bellino sehe ich es an, dass er sie nimmt. Manchmal zu wenig. Mehr wäre gut. Herr Kollege Bellino, das war das, was Herr Kollege Lenders vorhin völlig richtig, auch volkswirtschaftlich gesagt hat. Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln steigt geringer als das, was Sie durch staatliche Förderung an Angebot erzeugen. Das ist das Problem. Wenn es mehr Angebot als Nachfrage gibt, führt das zu fallenden Preisen. Die großen Höfe, die beim Biolandwirtschaftsthema umgestellt und investiert haben, sind nicht begeistert davon, dass sie Subventionen in den Markt drücken. Das ist das Problem. Das ist also ein relativ einfaches Konstrukt, Frau Ministerin Hinz. Wir haben in keiner Weise – im Gegenteil – ein Problem zwischen der Differenzierung zwischen normaler Landwirtschaft, konventioneller Art oder Biolandwirtschaft. Es gibt dort wirklich auch keinen Krieg. Aber es geht um die Frage, wie man damit umgeht. Ich verwahre mich auch ein Stück gegenüber denjenigen, die bei konventioneller Landwirtschaft produzieren oder im Sinne von konventioneller Landwirtschaft davor, dass man versucht, wie Sie das immer ein wenig heute natürlich deutlich smarter, als wenn Sie bei Fachtagungen der Biolandwirtschaft reden, zu versuchen, einen Keil hineinzutreiben. Das eine ist eben das, was die Zukunft ist, und das andere ist ein bisschen veraltet. Der Kollege Wiegel ist wirklich kein altes Eisen. Im Gegenteil, auch wenn er konventionell produziert, ist er ein Stück Zukunft der hessischen Landwirtschaft. Lieber Kurt Wiegel, darauf werden wir Wert legen. Wenn es der Kurt Wiegel nicht selbst macht, stellen wir uns wenigstens vor ihn in dieser Debatte. Aber wir haben auch kein Problem mit dem Thema Biolandwirtschaft. Im Gegenteil, beim Thema Milch kann ich nichts beitragen. Ich kann aufgrund meiner Laktoseintoleranz nur Sojamilch zu mir nehmen. An mir kann es auch ein Stück liegen. Aber insofern will ich auf diesem Punkt sagen, nicht jeder kann mit dem Motto, die Milch macht es, lieber Kollege Wiegel, heute arbeiten. Insofern agieren Sie nicht diskriminierend. Sie reagieren jetzt mit den GRÜNEN. Insofern sollte Diskriminierung an dieser Stelle nicht der Maßstab der Kollegen der CDU sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Es ist vereinbart, beide Anträge, 19-34-87 und 19-35-69 zu verweisen in den ULA. So verfahren wir dann. Ansonsten ist vereinbart, Herr Kollege Rock. Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Rock. Wir würden gerne unseren Antrag heute abstimmen. Ich höre, es sollen beide Anträge abgestimmt werden. Ist das richtig? Okay. Dann rufe ich zunächst auf den Antrag der Fraktion der FDP betreffend Hessische Landwirtschaft braucht Zukunft, Drucksache 19-3487. Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Zeichen. Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Gegenstimmen? Das ist die Koalition. Und die Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Enthaltungen? Die Fraktion der Sozialdemokraten. Damit ist der Antrag abgelehnt bei Zustimmung der Freien Demokraten, bei Ablehnung durch die Koalition, CDU und GRÜNE sowie Frau Kollegin Schott und bei Enthaltung der Sozialdemokraten. Wir kommen dann zur Abstimmung über den Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 19-3569. Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der Sozialdemokraten. Frau Abg. Schott von der Fraktion DIE LINKE. Damit ist dieser Antrag mit der Mehrheit der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN beschlossen. Meine Damen und Herren, vereinbart ist eine Mittagspause von einer Stunde. Deswegen setzen wir die Sitzung fort, die ich jetzt um 14.30 Uhr unterbreche. Wir sehen uns dann wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.